Wir sind eins. Strukturwandel geht uns alle an. Lasst uns die Regionen gemeinsam enkeltauglich machen. Arbeitszeit bleibt ein Thema. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich unsere Geschichte wiederholt. Wir sind stark. Weniger Leiharbeit, mehr unbewusste Arbeitsverträge. Tarifverträge bleiben wichtig. Wir müssen solidarisch zusammenhalten. Die Zukunft gehört uns. Die Zukunft gestaltet für unsere Kinder. Wir sind eins. Wir sind stark. Die Zukunft gehört uns.